Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ADHS-Family-Podcast, dem Podcast, der euch das Neueste aus der ADHS-Forschung, Tipps und Tricks zur Erleichterung des Alltags und jede Menge Verständnis für eure ganz spezielle Situation bringt. Ich bin im Übrigen Anna, vor 17 Jahren noch verzweifelte Mama eines ADHS-Kindes, aber heute, viele Jahre und mehrere Fortbildungen später, bin ich Expertin für ADHS und eine sehr entspannte Mutter eines mittlerweile 21-Jährigen, der trotz dieses Syndroms zu einem glücklichen und beruflich erfüllten jungen Mann herangewachsen ist. Ich möchte euch mit diesem Podcast genau dort zur Seite stehen, wo auch ich vor vielen Jahren Hilfe gebraucht hätte. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dass es euch auch gelingt, euer Kind in ein glückliches und erfolgreiches Erwachsenenleben zu begleiten. Bevor es aber mit der Episode losgeht, lasst mich noch darauf hinweisen, dass ich in meinem Podcast immer nur von ADHS spreche, weil das in der Fachwelt so üblich ist. Gemeint ist damit aber auch immer die verträumte Variante der ADHS. Ja, ihr Lieben, für die heutige Episode habe ich mir ein Thema vorgenommen, das alle Eltern von Kindern mit ADHS betrifft, sowohl die, deren Kind die Diagnose ADHS hat, als auch jene, bei denen das H fehlt, also die vom verträumten Subtyp der ADHS. Denn es geht um die häufigere Unfalls- und Verletzungsgefahr, die bei betroffenen Kindern und Jugendlichen zu beobachten ist. Warum sage ich, dass dieses Thema beide Subtypen betrifft? Nun, Kinder, die ADHS haben, also die verträumte Variante, sind unfallsgefährdeter als neurotypische Kinder, weil sie die Gefahr durch ihre Unaufmerksamkeit oft zu spät erkennen. Dasselbe trifft auf Heranwachsende zu, die das H in der Diagnose haben, die also auch hyperaktiv sind, weil sie ja auch oft unaufmerksam sind. Allerdings kommt bei diesen Kindern dazu, dass sie in der Regel auch extrem risikofreudig sind und klar verletzen sie sich dadurch noch häufiger. Was ich in dieser Episode daher gerne tun würde, ist, euch zunächst mal noch mehr zu den Gründen für die erhöhte Unfallgefahr näher zu bringen und euch dann im zweiten Schritt ein paar Ideen an die Hand zu geben, wie ihr eure Kinder zumindestens vor einem Teil der Gefahren schützen könnt. Bevor es aber losgeht, gibt es noch zwei organisatorische Ankündigungen. Punkt 1, das PDF zu dieser Folge, könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net Und die zweite organisatorische Ankündigung ist die, dass zwischen dem 27. September und dem 4. Oktober mein Webinar stressfrei durch Alltag und Schule trotz ADHS bzw. ADS stattgefunden hat, zu dem es aber nicht alle von euch geschafft haben bzw. für das nicht alle an dem Tag einen Platz bekommen haben, an dem sie gerne teilgenommen hätten. Deshalb habe ich gestern eine Aufzeichnung des Webinars veröffentlicht, die jetzt noch ein paar Tage online sein wird. Wer sich diese Aufzeichnung gerne ansehen möchte, der kann das unter www.adhshilfe.net slash Webinaraufzeichnung tun. Lasst euch damit aber nicht allzu lange Zeit, denn die Aufzeichnung ist nur bis Montag, den 10. Oktober online. Gut, dann kann es mit der heutigen Episode auch schon losgehen. Zunächst mal zu den Gründen, warum unsere Kinder mit ADHS Unfallsgefährdeter sind als nicht betroffene Heranwachsende. Sehen wir uns mal die reine Unfalls- bzw. Verletzungsgefahr an, an der gar keine Risikofreude beteiligt ist. Und das betrifft, wie gesagt, sowohl Kinder mit ADHS als auch die mit ADS. Dadurch, dass beide Subtypen oftmals im Traumland unterwegs sind, geistig also gar nicht wirklich anwesend sind, erkennen sie in vielen Situationen die Gefahr nicht. Besonders gefährlich ist das natürlich im Straßenverkehr, wo es passieren kann, dass sie die Straße queren, ohne sich zu überzeugen, dass das auch gefahrlos möglich ist. Oder aber sie hüpfen und springen über Schäumen vor lauter Bewegungsdrang ganz knapp neben der Fahrbahn rum oder schubsen einander und achten überhaupt nicht darauf, wie nahe sie sich schon am Fahrbahnrand befinden. Sie mögen zwar nicht träumen, aber sie sind durch den Drang, ihre Energie loszuwerden, komplett im Quatschmachen gefangen und erkennen dann oft die Gefahr nicht. Und dann kann es natürlich auch vorkommen, dass die Kinder in einer Beschäftigung versunken sind und dadurch nicht aufmerksam für das sind, was rund um sie passiert. Dass sie zum Beispiel angeregt mit dem Freund plaudern, während sie von der Schule heimgehen und dadurch bei Rot über die Straße laufen. Oder aber sie haben ihre Nase am Bildschirm ihres Handys kleben. So passieren ja vielen Menschen Unfälle, aber bei Heranwachsenden mit ADHS, die gerade beim Nutzen eines Bildschirmmediums in den Hyperfokus rutschen, da ist die Gefahr noch viel größer. Gut, das sind also die häufigsten Gründe aus der Abteilung Unachtsamkeit. Träumen, überschießenden Bewegungsdrang ausagieren und abgelenkt sein. Ganz viele Gefahrmomente entstehen aber auch aus der Risikofreude heraus, die besonders für Kinder typisch ist, die das Haar in der Diagnose haben. Sie stürzen sich mit dem Fahrrad viel zu steile Abhänge im Höllentempo runter, sliden im Funpark mit dem Snowboard über irgendwelche Pipes, obwohl sie gerade erst zu Snowboarden begonnen haben, oder sie springen in Batman-Manier aus schwindelerregenden Höhen. Aber warum, fragt man sich? Nun, dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen wird bei gefährlichen Tätigkeiten jede Menge Adrenalin ausgeschüttet, das den Organismus dann auch mit mehr Energie und Sauerstoff versorgt, die wiederum nötig sind, um geistig wach und präsent zu sein. Außerdem wird die Ausschüttung von Adrenalin als positiv und angenehm wahrgenommen und wird daher von vielen Menschen und ganz besonders von ADHSlern immer wieder bewusst gesucht, weil sie dadurch einen Kick bekommen, der sogar süchtig machen kann. Typisches Beispiel dafür sind Extremsportler, die sich dann immer wieder in neue gefährliche Situationen begeben, weil sie diesen Kick als eine Art Rausch und als angenehm empfinden. Zum Zweiten wollen sich von ADHS-betroffene Kinder und Jugendliche oft vor anderen als wagemutig hervortun, weil ihr Selbstwert, wie wir ja bereits in mehreren Episoden gehört haben, meist ganz niedrig ist. Sie können nur selten mit guten Noten und tollen Leistungen in der Schule punkten und können auch oftmals ihre Begabungen gar nicht zeigen, weil sie entweder keine Zeit haben, sie hobbymäßig zu perfektionieren oder aber weil sie, obwohl sie eigentlich beispielsweise ein begnadeter Fußballer wären, durch ihre häufige Teamunfähigkeit weder im Training noch im Spiel zeigen können, was sie eigentlich drauf hätten. Und so entwickeln sich dann viele entweder zum Klassenclown, um dafür Bewunderung zu bekommen wie witzig sie sind oder sie tun Dinge, die gefährlich sind, um eben so die Anerkennung der anderen zu bekommen. Außerdem ist es für Menschen mit ADHS auch stimulierend, etwas Spannendes zu tun. Die Aufmerksamkeit bleibt nämlich bei diesen herausfordernden Tätigkeiten sehr hoch und dieses Gefühl erleben sie als angenehm. Und schließlich handelt es sich bei den meisten wagemutigen Aktionen auch um Dinge, die sie gerade das erste Mal machen, also wo sie etwas Neues ausprobieren und sich selbst dabei eben dann auch ausprobieren. Und wie wir in Episode 95 ja bereits gehört haben, sind neue Dinge beziehungsweise etwas Neues ausprobieren etwas, das von ADHS-Betroffene einfach lieben. Aber was kann man nun als Mutter oder Vater tun, um das Kind einigermaßen vor Gefahren zu schützen? Nun, da gibt es einiges. Sehen wir uns einmal die Sache an, die am schwierigsten zu beheben ist und das ist die ständige Unaufmerksamkeit. Wir hatten ja gesagt, dass viele Kinder aufgrund ihres Aufmerksamkeitsdefizits oftmals in Gefahren hineinlaufen, weil sie eben im Traumland sind oder mit etwas Anderem beschäftigt sind. Hier hilft es nur, Achtsamkeit mit seinem Kind zu trainieren und mit ihm zu üben, dass sie immer sozusagen in der Präsenz bleiben. Dass das Kind also lernt, achtsam und aufmerksam für das zu sein, was im Moment gerade passiert. Das könnt ihr zum Beispiel üben, indem ihr mit eurem Kind spazieren geht und es euch beschreiben soll, was es gerade sieht, hört, riecht und spürt. Versucht es mal für zwei oder drei Minuten, zunächst vielleicht auch nur mal im Wohnzimmer und dann dehnt diese Zeiten von Mal zu Mal aus. Auch für euch selbst kann das ein gutes Achtsamkeitstraining sein, denn auch wir Erwachsenen sind ja ständig in unseren eigenen Gedanken gefangen. Auch das Nachdenken vor dem Handeln kann geübt werden. Eine gute Möglichkeit, das zu trainieren, ist, wenn ihr gemeinsam etwas kocht oder backt oder etwas bastelt oder was Handwerkliches tut, ganz einfach, wenn ihr gemeinsam etwas macht. Lasst euch dabei von eurem Kind, bevor es den nächsten Schritt ausführt, immer sagen, was es nun als nächstes vorhat. Dass es euch also zum Beispiel ankündigt, dass es nun das Mehl auf die Waage schütten wird, bevor es das tut. Oder dass euer Spross euch sagt, er würde nun als nächstes diese Schraube ins Holz drehen oder jene Leiste absägen. Besprecht aber vor dem Backen oder dem Basteln ganz genau den Sinn und Zweck eures Vorhabens. Dass eure Kinder also wissen, jetzt wird nicht einfach drauf losgepacken und nicht der fertige Kuchen ist das Hauptziel eurer gemeinsamen Zeit in der Küche, sondern das Üben des Nachdenkens vor dem nächsten Schritt. Sagt eurem Kind auch, dass es nun immer wieder von euch unterbrochen werden wird und gefragt wird, was denn nun als nächstes geschehen würde. Sonst werden die Kids noch ungeduldiger bei dieser Übung in Anführungsstrichen, als sie es möglicherweise ohnehin werden. Es wird euch vielleicht auch gar nicht gelingen, den ganzen Kuchen auf diese Art und Weise zu backen, aber versucht das immer wieder mal und dehnt diese Zeiten dann aus. Der Sinn und Zweck dieser Übung ist jedenfalls der, dass man logischerweise davor nachdenken muss, wenn man Handlungsschritte ankündigen muss. Und dann merkt man in diesem Prozess hoffentlich, dass der nächste Schritt vielleicht kein schlauer ist. Auch in Gefahrmomenten kann dies, wenn das gut genug trainiert worden ist, helfen. In Bezug auf den Handygebrauch ist es auch wichtig, dass die Kinder lernen, sich nicht mit den Augen auf dem Bildschirm fixiert zu bewegen. In der Wohnung bzw. im Haus nicht und schon gar nicht auf der Straße. In Innenräumen können sie über kleinere Gegenstände stolpern, auf die Katze treten oder die Stufen runterfallen. Und was draußen alles passieren kann, das brauche ich euch ja gar nicht aufzuzählen. Seit die Handys chirurgisch an Hüften oder Händen zu kleben scheinen, ist ja die Smartphone-verursachte Unfallsrate dramatisch gestiegen. Und ganz ehrlich, für einen Verstoß gegen die Regel kein Bewegen, wenn der Blick auf das Handy fixiert ist, würde es bei mir gnadenlose Konsequenzen geben. In dem Fall natürlich Handyentzug. Denn das Handy nur zu benutzen, wenn man nicht in Bewegung ist, gehört genauso zu einem sicheren Handygebrauch, wie es beim Einschlafen nicht neben dem Kopf liegen zu haben oder sich nicht in irgendwelchen Chats mit dubiosen Fremden auszutauschen. Gut, dann zu den waghalsigen Aktionen, mit denen sich unsere Kids in Szene setzen wollen oder diese einfach nur aus Lust am Adrenalinkick durchführen wollen. Hier kann es wirklich gut helfen, wenn ihr immer und immer wieder Gespräche über die Gefahren bestimmter Dinge mit euren Kindern führt. Ich habe das mit unseren beiden Jungs so gemacht, also im Hinterkopf hatte ich dabei natürlich immer nur den jüngeren von ADHS betroffenen Sohn. Also ich hatte das immer so gemacht, dass ich zu bestimmten Gelegenheiten über verschiedene Situationen berichtet habe, die nicht gut ausgegangen sind. Situationen aus meiner eigenen Kindheit und Jugend oder aus der meines Vaters, der auch sein Draufgänger war, oder auch Ereignisse aus dem Fernsehen. Wenn mein Mann und ich am Vorabend zum Beispiel einen Bericht über eine Situation gesehen haben, in der jemand zu Schaden gekommen ist, weil er sich zu risikoreich verhalten hat, haben wir unseren Jungs davon erzielt. Oder aber wir haben die Sendung aufgenommen, weil wir schon wussten, was ausgestrahlt werden würde und haben uns dann den Bericht gemeinsam mit den Kindern angesehen. Das haben wir im Alter bis so 12, 13 Jahren vor allem mit gefährlichen Aktionen gemacht, wie zum Beispiel mit dem vor mehreren Jahren so viel praktizierten Planking. Beim Planking versucht man, sich steif wie ein Brett zu machen und dann auf allen möglichen Oberflächen zu balancieren und sich sozusagen als lebendes Brett zu präsentieren. Gerade durch die sozialen Medien haben sich die Planker dann aber immer verrücktere Dinge ausgedacht und immer öfter sind junge Menschen dabei abgestürzt oder verunglückt. Als unser jüngerer, sehr sportbegabter, aber eben auch sehr risikofreudiger Sohn dann irgendwann mal Anstalten machte, das auch zu probieren und zu praktizieren, kamen wir dann mit dem Bericht eines jungen Mannes daher, der von einer Hohnbrücke gestürzt war und dann vom Hals abwärts gelähmt war. Unser Junior war sehr betroffen von dem Schicksal des jungen Mannes und murmelte dann in sich hinein, was für beschissene 60 Jahre liegen nun vor ihm. Die Geschichte hatte ihm also zu denken gegeben. Dasselbe haben wir gemacht, um zu verhindern, dass unsere Jungs mal auf die dumme Idee kommen würden, irgendwelche Partydrogen im Internet zu bestellen und auszuprobieren, weil die ja angeblich ungefährlich sind. Gerade von ADHS-Betroffene sind ja unheimlich neugierig und möchten am liebsten alles ausprobieren. Und wenn das dann eine Substanz ist, die man sogar im Internet frei bestellen kann, dann kann sie doch wohl nicht so gefährlich sein, oder? Doch auch hier hatten wir einen Bericht gesehen, wie junge Menschen fast an diesen Substanzen gestorben waren und haben unseren beiden Jungs die Sendung ebenfalls gezeigt. Die Augen waren groß und die Gesichter betroffen. Die Sendung hatte also ihre Wirkung gezeigt. Auch wenn wir uns anhören mussten, so einen Sch-Punkt-Punkt würden sie ohnehin nicht ausprobieren. Auch haben wir uns zum Vermeiden verschiedener Gefahren gemeinsam YouTube-Videos angesehen, um hier ihr Bewusstsein dafür zu schärfen, besser mal nachzudenken, bevor etwas Spannendes in Anführungsstrichen ausprobiert wird. Und was vor allem ich auch immer wieder getan habe, war, wie zuerst schon kurz angesprochen, aus meiner eigenen Kindheit und Jugendzeit zu berichten, wenn es einen Anlass dafür gab. Denn auch ich bin ja von ADHS betroffen und hatte in meiner Kindheit mehr als nur einen Schutzengel. Einmal erzählte ich unseren Kids zum Beispiel sehr detailhaft, dass ich von einer Straßenbahn erfasst worden war, die gerade im Höchsttempo in die Station einfuhr, als ich versuchte, die Schienen zu queren, weil ich nicht auf die herannahende Straßenbahn geachtet hatte, dabei dann über zwei Fahrbahnen geschleudert worden war und ziemlich böse Verletzungen davongetragen hatte. Beide Jungs bekamen große Augen und kriegten einen wirklichen Respekt vor dem Überqueren von Schienen. Vor allem auch, weil ich die Unfallsfolgen sehr plakativ beschrieben hatte. Und als unser Junior mit dem Skateboardfahren begann und schon nach einer Woche Skateboardfahren meinte, er müsste im Skatepark diese steile Betonwand an Bord hinunterfahren, habe ich ihm erzählt, wie ich selbst mal einen nicht sehr angenehmen Skateboardunfall hatte, weil ich genauso wie er im Grunde genommen keine Ahnung vom Skateboardfahren hatte, aber meinen heimlich Angebeteten mit meinem Wagemut beeindrucken wollte und einen steilen Weg hinunterfuhr. Blöd nur, dass der sich unten gabelte und weil ich er noch nicht mal lenken konnte, ich dann eben geradeaus in einem Dornenbusch landete. Unser Jüngerer meinte damals, ich hätte dann wohl nur noch ein männliches Stachelschwein beeindrucken können, aber sicher nicht den klassischen Schönling. Und für diejenigen, die diese Geschichte aus meinen Büchern kennen, ja, die Story war nicht erfunden, die hat sich damals tatsächlich so zugetragen. Ob unser Junior dann an diese Situation im Skatepark gedacht hat, kann ich natürlich nicht sagen, aber ich denke, mein Abgang in den Dornenbusch wird ihn sehr wohl zum Nachdenken angeregt haben. Und nicht nur, dass Erzählungen von solchen Hirnlosaktionen aus der eigenen Kindheit unseren Nachwuchs eventuell vor Schaden bewahren können, zeigen sie unseren Kids auch, dass sie mit ihrer Verpeiltheit und ihrer ungesunden Risikofreude nicht alleine sind, was für viele Kinder sehr beruhigend ist. Gut, ihr Lieben, soviel zum Thema Unfallsgefahr und Verletzungsgefahr unserer Traumenlines und unserer kleinen Draufgänger. Dann erinnere ich nochmals an das PDF zur Episode, das ihr euch runterladen könnt, sowie an die Webinaraufzeichnung, die ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Webinaraufzeichnung ansehen könnt. Wie gesagt, die Aufzeichnung ist nur noch bis Montag, den 10. Oktober online. Und worum wird es in der kommenden Woche gehen? Nun, da werden wir mit einer dreiteiligen Podcast-Serie starten, in der ich all jenen Eltern unter euch, die zusätzlich zur Medikation noch anderes Hilfreiches tun wollen, einiges Wissenswertes dazu verrate. Vor allem wird es hier um Bewegung und Ernährung gehen. Ich werde dafür Ärzte und Ernährungswissenschaftler interviewen und hoffe, dass sich da viele von euch wieder einiges an Tipps und Ideen rausholen können. Also, bis nächste Woche dann.